Junge, du stehst mir im Weg. Ich könnte dir zwar jetzt sagen, du setzt dich aus meinem Blickfeld verpissen, aber das wäre ja unhöflich. Würdest du bitte deinen Arsch bewegen und mich vorbeilassen, dann können wir das ganze hier regeln ohne groß Probleme zu haben. Und bitte bleib immer nett. Bleib immer nett. Ja, wenn sich mir Leute den Weg stellen, da weiß ich nicht, ob ich nett bleiben kann. Bist du auch ein Trainer? Lass uns kämpfen. Nee, ich bin kein Trainer. Ich laufe hier bloß zu meinem Vergnügen durch die halbe Wildnis. Und habe zufällig sechs Pokebälle bei mir. Mit Pokémon-Trainer. Ich bin kein Trainer. Na gut, wir wollen mal. Zur Logik, da könnte ich einige erzählen. Aber wie gesagt, wir hatten das Thema, haben wir schon mehr als genug gehabt. Die Logik in Spielen ist sowieso so eine Sache. Kokuna. Ein Habitag. Ein Habitag. Ein Habitag. Raupi. 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 Also manchmal frage ich, warum die Leute ihre Pokémon nicht entwickeln. Das wäre, mindestens, das wäre schon ein Safcon. Leute, entwickelt doch eure scheiß Pokémon, Junge. Das ist doch, dann macht es das Ganze doch viel einfacher. Wobei, ob nun ein Safcon so viel effektiver ist als ein Raupi sei jetzt mal dahingestellt. Aber es ist nur ein, entwickeltes Bogor und ist ein bisschen stärker. Ja gut, ich, ne. Nightbot ist da. Die gibt es ja auch noch. Wuhu. Nightbot. Er hat noch deine Mutter. Willkommen beim Stream von Wallchap LP. Natürlich. Du hast du was zu sagen? He. Ich habe meinem Bruder gesagt, er soll Shorts anziehen. Ach, du bist der Bruder von dem Typ da oben? Ja gut. Dann. Naja, wenn er so blöd ist und das auch macht, was du sagst. Ich meine. Egal. Soll es mir egal sein. Das musst du mit ihm selber klären, mein Freund. Triff doch mal mit Hyports an, Junge. Ja, Nightbot abonniert mich, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Genau. Schamlose Eigenwerbung von, vom Nightbot. Schaut auf meinem Kanal vorbei. Äh, ich meine auf dem Kanal von... Gut. Da hätte ich jetzt ein bisschen mehr aufpassen können. Das war jetzt mein eigener Fehler. Okay. Lassen wir mal dahingestellt. Und weil Hyperzahn nicht getroffen hat. Punkt. Und dann muss man hier ein GPS ausmachen. Da brauchten wir den GPS in seiner eigenen Wohnung. Nein, verloren! Ach ja. Ich könnte es jetzt noch mal ansprechen. Gucken, was ich so sagen kann. Aber nein. Du, 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 du. Hör mal. Meine neuen Pokémon wollen kämpfen. Wann. Hol sie raus und lass uns loslegen. Zweifelkasse, was hast du so schönes. Ja, genau, wann startet der Stream morgen? Genau, wann startet der Stream morgen? Könntest du ja mal beantworten, mein... Mein... Ja, ich nicht mal. So. Auf jeden Fall hast du ein Raubi, das gefällt mir schon mal. Relativ wenig. Okay, sein wir links, dann aus dem Raubi kann auch ein gutes Programm werden, aber auch gut. Und dann 17. Nidorino, was hast du da, siehst du das? Bei diesen Tränen ins Hopfen mit Malzvorduch. Es sind zwei verschiedene Pokémon, okay. Aber es ist zweimal, da verfickt dir selber Pokémon. Am Ende hast du zwei... Wenn es richtig was, hast du zwei... Smet-Boost. Junge, denk doch mal nach, mein Pokémon-Fang. Du brauchst ne... Du musst dein Team ausgleichen, du kannst doch nicht nur ein Pokémon in deinem Team haben. Danke für den Host, Mrs. Jasmina, die sehe ich gerade zufällig. Danke fürs Hosting. Du hast meine Pokémon besiegt, natürlich auch deine Pokémon besiegt, das ist ja hier schwierig, oder? Du, 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 du. Das ist toll, Du, 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 du графst gerne ist, das ist ja das war jetzt mal nichts zu mag es sein dass es schwieriger ist gesteint zu vergiften aber die buch und glaubt über den video brauche ich kein geben sei nicht wie sie fangen doch unter uns muss das gemacht werden finde ich wenn du möchtest ja genau die auf sky und riechstern jetzt soll das etwa annäherungsversuche sein nein von dir will ich bestimmt nichts die gehöre also ich werde nicht sagen aber es gibt wesentlich interessantere mädels also blöde gehöre sorry das stimmt das gibt es sehr gefährlich du hast ein pommelhof ein pommelhof hast du natürlich bleibt gegen pommelhof wieder mal kein gift junge ich krieg die krise naja komm mit dein aussetzer und gut ist eine hornattacke hast du meine beste attacke hast du ausgesetzt die sehen voll rot aber heißer aus sind ja genau sind auch die remakes natürlich sehen die da besser aus trotzdem kann ich mir ein schöneres vorstellen als eine als eine gehöre und mitten der wildnis irgendjemand anzumachen ist jetzt mal dahingestellt ob das so eine gute idee ist bleib mir fern ich will doch nichts von dir hau ab dann schenkst du mir noch geld ok naja ich werde nichts sagen aber normalerweise muss ich dir ja geld geben für gewisse dienste aber ok dass das heißt mal dahingestellt jetzt sind wir noch ich muss eine pause machen der weg durch den durch den tunnel aus azurias die ist sehr beschwerlich sehr effektiv ja ja ist gut da ist er sehr beschwerlich der wirklich weiß ist aber theoretisch richtig ich muss ihr geld geben dafür für ihre dienste und nicht sie mir ja gut ja wir wollen auf dem thema nicht weiter rumreiten egal ein wildes saubschi tue mich auch mal gucken was es hier noch an wildes pokémon gibt bevor leute rummeckern ja sie ist viel zu jung sie ist doch aber so die spricht mich doch an da wenn sie so jung ist sollte sie gar nicht der wildes rumstehen so punkt das soll sie in die schule gehe oder zu hause bleiben so punkt und dann jetzt mal noch mal die und die diskussion zu beenden so dun 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 so nee warte mal ja du denkst du du denkst du du denkst du du denkst du weißt du wo du du treppen hier aussehen sind uns guten tag aua ich bin über über ein kleinstein gestolpert ein stein pokémon das passiert wenn man die augen nicht die junge wo die augen nicht nach vorne legt tut wenn man nicht nach vorne guckt so gut guten tag wenn du keine weiteren pokémon tragen kannst sollst du einige via pc ablegen richtig an meinem gürtel hängen sechs pokébälle man kann maximal sechs pokémon mit sich führen und da sagen wir nach dem ersten orden besiegt hat geschafft hat ziemlich früh ich mache sie wieder fit macht meine pokémon wieder fit und du kriegst kein geld dafür es ist dein job möchte ich auch haben den ganzen tag in unserem center arbeiten kein geld dafür kriegen ist das so eine soziale ist eine soziale arbeitsstunden oder so hast du irgendwas verbrochen deinem lebt das soziale arbeitsstunden ablegen müsste so was zu sagen das team rocket terrorisiert die einwohner von der zucker city kein tag vergeht ohne meldungen über das team über das morgens schandtaten ich glaube du schenkst mir ein tab oder welches richtigen erinnerung habe ich spreche noch mal ein hallo möchtest du einfach mal ein hallo möchtest du ein geschäft machen ich gebe dir ein exzellenten exzellenten ein exzellenten karpador für läppische 500 burgedaler interessiert das ist was ich mache das geschäft habe ich irgendwann gar das was die leute in den arsch tritt nein nein fisch Platscher! Platscher! Die wohl beste Attacke, die es gibt, ein Pokémon. Platscher! Yeah! So!